Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist für Borussia Mönchengladbach intensiv und Roland Wirkus, Sportdirektor des Vereins, macht deutlich, es ist Zeit, die maximale Punktzahl zu erreichen. Aufgrund der heiklen Tabellenposition wird jedes Spiel für die Fohlen entscheidend. Es ist völlig klar, dass wir jetzt punkten müssen, sagte Wirkus gegenüber BILD. Er betonte die Bedeutung der bevorstehenden Spiele, darunter auch des DFB-Pokalspiels am 12. März gegen den 1. FC Saarbrücken Das Ziel ist klar, maximale Ergebnisse und Fortschritte. Aktuell liegt Borussia auf dem 15. Tabellenplatz der Bundesliga, nur sechs Punkte über dem Abstiegsplatz des 1. FC Köln Die nächsten Spiele beginnen am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Duell gegen den VfL Bochum, gefolgt von Mainz 05 und 1. Der FC Köln wird über das Schicksal des Vereins entscheiden. Für Wirkus ist der Schlüssel zur Rückkehr in die Spur klar. Wir müssen effektiver sein, mehr Durchschlagskraft nach vorne entwickeln und im gegnerischen Strafraum präsenter sein, erklärte er. Er betonte die Bedeutung präziser und rechtzeitiger Flanken, insbesondere bei kopfballstarken Spielern wie Jordan. Es sei an der Zeit, dass die Spieler an sich und ihre Stärken glauben, betonte der Gladbacher Manager. Mit Entschlossenheit und Zuversicht will sich die Borussia diesen Herausforderungen stellen und den Verbleib in der Bundesliga sichern. Und Sie, Fan von Borussia Mönchengladbach, stimmen Sie den Forderungen von Wirkus zu? Wie sehen Sie die aktuelle Situation der Mannschaft und welche Erwartungen haben Sie an die nächsten Spiele? Teilen Sie Ihre Meinung und unterstützen Sie Borussia auf diesem Weg zum Erfolg. Ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus. Dank im Wohaus.